. Es ist klein. Es ist dünn. Sie kann leicht brechen. Die Decke sind abgerundet. Sie ist auch völlig flexibel. Man kann die Scheibe gehen, aber wenn man die Scheibe gut brechen kann. Man kann es zu seinen Hosen sacken. Es hat eigentlich gar kein Gewicht. Ausgeschnittenes Papier. Einfach härter, aber nicht schwer. Mit dem kann man nicht so viel machen. Eigentlich nur rote Citrine. Es kostet fällig viel Geld. Aber nachher, wenn man es hat, müssen wir nichts mehr zahlen. Wenn man es verliert, dann muss man das sagen. Dann kann man ein und verliere neue machen. Und? Weisst du die Lesung des Gesüchterbegriffs? Dann mach mit und gewinn attraktive Preise von unseren Partnern. Die Teilnahmebedingungen sind unten eingeblendet. Weitere Details findest du auf der Homepage von MHC Visby. Viel Glück! Das war's. Und jetzt noch ein paar Sprache. Wir wollen auf dem Weg! Noch nicht. Ich bin froh. Ja, das war's. Ich bin froh. Wir sind froh. Komm. Wasser damit. Jetzt lass uns die Elbe. Ich bin froh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017